hey ho leute und willkommen zurück zu pico nico und jetzt gehen wir in das schnelle schnelle da bist du bin das ganz schön forsch von dir jetzt so schwierig wird kann ich dich hier raus bringen aber vorsicht wenn du je zurückkommst musst du von vorn beginnen soll ich dich jetzt teleportieren wohin kein problem viel glück da draußen wie teleportieren drücke in der luft x um dich in an einem haken festzuhalten ok kraft ist geld das geht aber das meinte hatte die tun ich weh wenn sie drin sind oder kann ich mir nicht anders vorstellen hierüber ok tun nicht wenn sie drin sind ich möchte trotzdem am besten meint die dinge zu ich glaube dies wird immer draußen die dörten stören mich also ist nur in der seite wie würde ich sie tun auch an ich sollte die auf dem stick zu spielen das aufgerüstig zu spielen ich sollte auf mit dem stick zu spielen und das steuerkreuz nehmen hast du die rote fläche gesehen die alles voll und gut wegen dir okay die kommen raus wenn ich darauf wie ok ok oder wenn du davor stehst schön dass alle stacheln anders sind das ist das da unten das so ist es ein schalter es ist der baumvolin ist eine blutlache oder so eine blutlache so viel gratis geld er so gratis ist das hier ist ein schreien für misst das anschein stein weg war das ein schreie ist das stein nein der bringt jetzt hier raus oder ich denke ich denke das ist damit gemeint ja das geld das ist jetzt doof aber ich kann ja auch drüber doch nicht so doof welchen hier muss ich selber drücken den hier oder dass da auch ein ball drauf ok verstehe 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 das war einfach ein fahrs erwartet bis jetzt ja 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 das drücken dann muss ich das nehmen und in der fall da das funktioniert er wartet muss das was ist das ding da oben also gibt trampolin trampolin auch so komme ich da nicht der musik hebel drücken das geld aber jetzt ist hier offen vorher war nicht offen das ist sonnig moment moment habe ich gesehen und der forsch ist eine dann check und ja das habe ich auch und der der kann mich auch raus teleportieren ja aber nur mit zu schwierig wird ja jetzt ist doch easy easy peasy sage ich dir trampolin weiß was ich mal sage easy peasy lemon squeezy was sagst du nie das sage ich quasi ständig als eben gerade ich wette mir das geld ist nichts wert ist nicht hier von wenn du alle hast was alle münzen nachgeguckt nein aber ich glaube dass es so ist was ist da oben da hoch aber ich glaube ich komme da nicht hoch und wenn ich komme da hoch ich glaube ich habe die beste hier ja weil ich eine beste bin kann ich jetzt auch in der offenen trinken meine gerne ich bin eine bestie okay kommen jagen wir die dorfbund ein bisschen angst sein ich bin jetzt ein wenig heißt die dinge in mario fahr sie fahr sie mein auge ist weg ist richtig den augen sind weg das gefällt mir nicht aber ich gehe mal zum shop ich bin mir vor schon dass er jetzt irgendwas zu sagen hat ich weiß nicht warum der roboter unseren meist will vielleicht essen roboter sowas egal wir dürfen ihn jetzt jedenfalls nicht mehr essen was ist es dir jetzt ach das geld das geld alles wird besser mit gratis geld ich hätte gern gratis geld ich bin glücklich in meinem leben wenn ich nicht auf arbeit angewiesen wird ich bin glücklich in meinem leben wenn ich bin glücklich in meinem leben ich bin glücklich in meinem leben wenn ich bin glücklich in meinem leben ich bin glücklich in meinem leben ich bin glücklich in meinem leben ja da muss ich noch mal gegen ihn kämpfen noch zwei mal und muss aber gegen ihn gewinnen darf nicht zwischen die verlieren was macht ihr denn da wird das doch nicht die gipfel ihren das verlieren so erregelt das ja ich bin glücklich in meinem leben darf nicht ich bin glücklich in meinem leben darf nicht ich habe lustig geld bekommen sie jedes mal geld dafür darauf achten jetzt den schuss gesehen also den schuss gesehen den ich alter guck dir den profi an habt ihr das gesehen nein nein drei mal in folge eigentlich das wieder mal so ich muss ich dreimal hintereinander das ist einfach so ein blub hat schaut jetzt dieser typ das erste gegenton und fast das zweite gegenton alter der kriegt aber auch er ist in dessen easy und er ist in der wieso geht der nach links wenn ich rechts stehe weg ja ja mein geld hoffentlich jetzt sieger stehen im licht ist kein geld fahren ok wird hier noch nach hinten haben in der stadt moment ich verantworte drauf ok gehen wir daran verliert rein miteinander auch nö keine angst du kannst gegen selber spielen ja dachte ich mir für dich mit spielen das war mein plan ja leute habt ihr den schuss gesehen easy schlechter tag achievement ich gehe jetzt wieder haben wir es jetzt mit den achievements und dann gehen wir jetzt weiter nächste welt neu muss ich habe eine eiche gefunden ich habe jetzt auch noch mehr gesehen das geld das geld das eine wolke aber ich weiß nicht wie in die wolke kommen ich nehme die eiche mit gesagt ich nehme die eiche mit ich hoffe die gegenseite zu kriegen du willst dich auch für spiderman oder? ja jetzt bist du gerade eine wolkehause von mario ich bin auch rot ein stein geht es dir hier nicht schief wenn ich den roter kicke aber ich muss den roter kicke aber es ging überraschenderweise nicht schief ja ok den stein mitnehmen und dann ich glaube nicht nein aber wie komme ich denn da hinten hoch? ich finde es so ein hebelwerkzeug dafür für was? wie beim menschen fallen flach ich bin auch der eichelagent oh der eichelagent ich bin übrigens nix gut nein, nein das klappt wahrscheinlich nicht aber nicht mehr fast moment schlechte stein ich war ja das sind markierte reine ich weiß was ich glaube der stand reicht ich glaube nicht dass der stein da drin reicht nicht so weit raus was ist das denn hier ja ich habe zu starke oberschenkelmuskeln 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 rausschieben raus nicht der typ für mich verarschen ja es ist doch dass wir den stein die eichel vielleicht reicht die schon die eichel reicht dann wirklich und sie flog nicht irgendwo gegen nein die eichel ist super die eichel ist unser bester freund kann ich nur nicht mal lang mit dem glaube ich das ist vorbei das ist vorbei ich will auf die wolke ja das klappt nicht hätte ich mal eine eichel hätte ich mal eine eichel oder ein sekret stein und verschieben versteck er hat sich gerade umgebracht da hat der kiefer einfach herzen faktor macht aber keine späße ist nicht lustig das ist einfach das ist einfach voll mordet vielleicht nicht da hat das momentum gefehlt mehr momenten aufgrund die wolke jetzt was er weiß es hätte ich nicht ich muss auf die wolke drauf es reicht wo ist die wolke jetzt unter dir glaube ich ja die habe ich aber nur zur münze gebracht gute bürger das ist ne eichel er kann das geld ich weiß größeres achievement an dem punkt höchstung ist die archiven zu laufen ruhig ich habe eine fensteraufnahme weil die spielaufnahme nicht funktioniert hat irgendwelchen gründen ja jetzt seht ihr welche archiven es wird die holten welche nicht praktische blumen erinnert mich an minecraft oder minecraft gibt es auch diese komischen blumen auf die stehen kannst gibt es nein was wicke würde ich wenn wir irgendwann mal ein minecraft display starten sollten dann werde ich sie zeigen wenn ihr minecraft display von uns sehen wollt genau relativ dann lasst doch ein like und ein abo da und schreibt in die kommentare minecraft jetzt stimmt die wolke nicht die gesehen hat oder schreibt in die kommentare was schon mit der wolke nicht weiß auch nicht warum nicht die wolke auf speed war wir werden minecraft spielen irgendwann jetzt nicht jetzt jetzt nicht jetzt jetzt auch eine münze ich glaube ich bin hier oben fertig danke wo bin ich was ist da unten drin was ist da unten drin ich gucke nach okay so eine eichel aber sind hier die eichel ich habe eine idee wofür die eichel brauchen könntest ja da eigentlich da drin wird die spiel also die einfach mal idee nicht da drin ist okay ich weiß wo da drüben richtig war sie ja da da dachte ich auch dran da dachte ich bin stolz ob es nur zwei versuche die drei ich war ja schon ich will zurück ich bin zurück wenn ich runter der dddd nämlich wenn ich tt wenn ihr wollt dass wir mit hier eure youtube-gruppe nach wahl tt spielen fragt die fragt die und sagt denn ja und diesen cool die würden mit euch tt spiel und dann erfahren wir mit wem und dann sagen wir doch nein die tt spielt ich hab doch keine ahnung im spiel im nächsten part spielen mit slime rancher im nächsten part spielen wir elefant quasi ja wenn es euch so weit gefahren gibt aber um gibt gleich und gibt slime glücksleim bis zum nächsten tschüss